Fitness mit Marc Folge 129 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Sein Lieblingscomputerspiel ist The Secret of Monkey Island. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Cardiotraining oder an die Gewichte? Was solltest du zuerst machen? Was hat Priorität? Die Antwort auf diese Frage bekommst du heute. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathonfitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf www.dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist www.dranbleiber.com Cardio oder Gewichte, was kommt zuerst? Solche Fragen zum Ausdauersport oder zum Krafttraining, die höre ich nicht nur im Fitnesscoaching. Zum Beispiel, mag soll ich Cardiotraining vor oder nach dem Training durchführen? Spielt die Reihenfolge überhaupt eine Rolle? Und falls ja, wie beeinflusst sie mein Trainingsergebnis? Ja, wenn du die Sache falsch angehst, dann ist das, als würdest du Gas geben und gleichzeitig auf die Bremse treten. Und du würdest Verletzungen riskieren. Aber wenn du die ideale Lösung für dich kennst, dann hast du im Training mehr Power und du machst schnellere Fortschritte. Also, lass uns die Frage ruhig mal aus verschiedenen Perspektiven angehen. Egal, welches Ziel du verfolgst. Es gibt mehr als eine Antwort. Wenn ich an meine eigene Historie denke, dann ist es so. Kraft und Ausdauersport sind für mich seit vielen, vielen Jahren, fast zwei Jahrzehnten inzwischen, ein wichtiger Teil meines Lebens. So habe ich bis vor einigen Jahren mindestens einen Marathon im Jahr absolviert. Und ja, damals wollte ich peu a peu stärker werden. Auch das war für mich wichtig. Aber an erster Stelle stand für mich die Zielzeit beim Marathonwettkampf. Die Marathonlaufschuhe, die habe ich dann nach 17 Marathons und vielen weiteren Wettkämpfen an den Nagel gehängt. Und das war vor insgesamt fünf Jahren inzwischen. Und seitdem steht für mich der Kraftsport an erster Stelle. Das Kardiotraining ist mir immer noch wichtig und für mich ein schöner Ausgleich. Aber es steht eben nicht mal an erster Stelle. Die Frage nach der richtigen Reihenfolge, die hat sich für mich mehr als einmal gestellt. Ja und wenn du am Ende der heutigen Episode bist, dann wirst du verstehen, warum die Antwort für mich heute eine andere ist als früher. Eins vorweg. Hier sind neun Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du mit dem Ausdauer- und Krafttraining beginnst. Die Antwort auf die Frage, welches die optimale Reihenfolge von Kraft- und Ausdauertraining ist, die ist so individuell wie unsere Zielsetzung im Training. In der Tat spielt dein Trainingsziel eine entscheidende Rolle. Und genauso gibt es ein paar generelle Einflussgrößen, die jeder von uns berücksichtigen sollte. Lass mich zunächst mal auf die individuellen Faktoren eingehen, bevor wir uns den generellen Punkten widmen. Was sind diese individuellen Faktoren? Nun, die Antwort hängt von deinen Zielen ab. Daher solltest du zuerst die folgenden Fragen beantworten. Am besten, du notierst sie dir, vielleicht auf einem Zettel. Damit verschaffst du dir nicht nur mehr Klarheit für deinen Trainingsplan, sondern auch für deine Prioritäten und Ziele. Der erste Punkt ist die Trainingsintensität. Wie intensiv gestaltest du dein Ausdauer- und Krafttraining? Ein Beispiel für hochintensives Ausdauertraining ist das HIIT-Training. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, mit niedrigerer Intensität länger zu trainieren. Zum Beispiel durch einen extensiven Dauerlauf, 45 Minuten mit niedrigerer Intensität oder noch länger. Wenn wir ins Krafttraining gehen, dann wäre ein Beispiel für ein hochintensives Training das HIIT-Training. Die Art von Training, die ich persönlich empfehle, ist meist ein bisschen weniger intensiv. Ein zweiter Faktor ist die Trainingsdauer. Wie lange dauert deine Ausdauer- und Krafttraining-Session im Schnitt? Der dritte Punkt ist dein aktueller Fitnessstand. Wie stark bist du im Moment? Wie fit bist du ausdauertechnisch gesehen? Ja, und in welcher der beiden Disziplinen ist deine aktuelle Stärke? Eine gute Möglichkeit ist, dass du beides auf einer Skala von 1 bis 10 bewertest. Und der höhere der beiden Werte stellt deine aktuelle individuelle Stärke dar. Ein weiterer Punkt ist die Motivation. Welche der beiden Disziplinen, Ausdauer oder Kraft, bringt dir am meisten Spaß? Dann spielt dein Ziel eine Rolle. Was ist dein persönliches Trainingsziel? Willst du auf einen Wettkampf trainieren, eine möglichst schnelle Zielzeit vielleicht erringen? Oder möchtest du eher Muskeln aufbauen oder schnell Fett abbauen? Und der letzte Punkt ist die Priorisierung. Wenn du mehrere Ziele verfolgst, dann triff eine klare Entscheidung. Welches deiner Ziele ist am wichtigsten? Welches auf Platz 2? Und so weiter. Und an der Stelle ist es wirklich wichtig, dass du hier eine Reihenfolge reinbringst. Wenn ich zum Beispiel mal mich als Beispiel nehme, als ich noch in Prio A mein Marathon-Training hatte, da wäre das eben an erster Stelle gestanden, dann an zweiter Stelle der Muskelaufbau oder das Krafttraining und an dritter Stelle Fetterbau zum Beispiel. Heute ist es anders. Im Moment steht für mich an erster Stelle das Krafttraining, an zweiter Stelle das Schlankbleiben und an dritter Stelle dann erst die Ausdauerleistung, wobei ich hier im Moment keine konkreten Zeitziele verfolge, sondern eher den Ausgleich zu schaffen. Das ist mein Beispiel. Für dich sieht es ganz sicher anders aus. Und hier darfst du deine Prioritäten finden. Hast du alle Fragen beantwortet? Super. Dann können wir jetzt auf die allgemeinen Faktoren übergehen, die die Antwort beeinflussen, womit du anfängst. Krafttraining oder Kardiotraining. Und hier gibt es drei Faktoren, die die Reihenfolge deines Ausdauer- und Krafttrainings beeinflussen. Erstens, die Energie, die du für dein Training aufbringen kannst. Zweitens, die Ursachen der muskulären Ermüdung. Und drittens, das Verletzungsrisiko während des Trainings. Du kannst dein Training intensiver, fokussierter und effizienter ausführen, wenn du dich noch frisch und ausgeruht fühlst. Und wenn deine Batterien jetzt schon leer sind, dann wirst du auch im Training weniger effektiv sein und dich eher verletzen, weil du vielleicht nicht mehr den Fokus hast. Die Reihenfolge der Trainingseinheiten ist besonders dann entscheidend, wenn du ein klares Ziel verfolgst mit deinem Training. Vielleicht willst du Muskeln aufbauen, vielleicht willst du deine Technik verfeinern oder vielleicht willst du einfach abnehmen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, ob du schon richtig fit bist oder erst noch fit werden willst. Viele von uns können die Frage nach der optimalen Reihenfolge umgehen, indem sie das Ausdauer- und Krafttraining einfach an verschiedenen Tagen durchführen. Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie du alles unter einen Hut bekommen kannst. Und zwar indem du zum Beispiel Krafttraining in Form von Zirkeltraining oder Supersätzen durchführst. Das ist eine Alternative, wie du das Krafttraining durchführen kannst und gleichzeitig deinen Stoffwechsel auf Hochtouren bringen kannst. Das reicht für allgemeine Fitness. Aber es ist nicht der schnellste Weg, um nackt gut auszusehen. Ich habe mal fünf mögliche Trainingsziele für dich mitgebracht und du kannst ja mal gucken, ob eins davon für dich ganz gut passt. Erstens, allgemeine Fitness. Zweitens, mehr Ausdauer. Drittens, Fettabbau oder Muskelaufbau. Viertens, mehr Leistung in einer speziellen Sportart. Und fünftens, egal, einfach Spaß haben. Welche dieser fünf Varianten ist für dich prio arm? Die eine magische Lösung, die gibt es nämlich nicht. Für jedes Ziel gibt es eine sinnvolle Reihenfolge. Und diese sinnvolle Reihenfolge wird eben nach Ziel anders aussehen. Und in einigen Fällen spielt die Reihenfolge eine größere Rolle als in anderen. Dass uns diese fünf Situationen mal Schritt für Schritt durchgehen und dann wird klar, was ich damit meine. Nehmen wir mal an, du möchtest einfach allgemein fit werden. Wenn du einfach nur fit werden möchtest, dann ist es nicht entscheidend, ob du jetzt mit dem Krafttraining beginnst oder zunächst Ausdauer trainierst. Tatsächlich kannst du auch beide Elemente verbinden, indem du dir einen Trainingsplan mit Intervallen oder Zirkeltraining erstellst. Genauso gut könntest du auch das Kraft- und Kardiotraining jeweils abwechseln, wenn dir danach ist. Der Vorteil dabei ist, du kannst das ganz nach Lust und Laune trainieren und der Spaß steht im Vordergrund. Möglichkeit Nummer zwei. Nehmen wir mal an, du möchtest in erster Linie deine Ausdauer verbessern. Vielleicht für einen speziellen Wettkampf. Und um deine Ausdauer auszubauen, um schneller zu werden in deiner Ausdauersportart, solltest du auch mit dem Kardio- bzw. Ausdauertraining beginnen. Nur dann hast du die nötige Energie, die du für eine harte Ausdauereinheit benötigst. Dann könntest du zwei- bis dreimal pro Woche ein Krafttraining einbauen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie häufig du trainierst. Idealerweise machst du dein Krafttraining an den Tagen, wo du keinen Ausdauersport machst. Falls du zu denen gehörst, die wirklich viel trainieren, könntest du auch zwei- bis dreimal pro Woche ein Krafttraining an deine Kardio-Einheit anhängen, um deine Muskeln zu kräftigen und damit einerseits zusätzlich Muskulatur aufzubauen und andererseits dein Verletzungsrisiko im Ausdauersport zu senken. Der Punkt ist nämlich der, wenn du vor dem Kardio-Training, vor deiner Ausdauereinheit harte Krafttrainingsübungen machst, dann riskierst du Überlastung und Verletzung im Ausdauertraining. Ideal ist es, und das ist auch das, was wir im Leistungssport häufig sehen, ist, dass du acht Stunden Zeit zur Regeneration lässt zwischen den Kraft- und Kardio-Einheiten. Und dann wird die Sache nämlich einfacher. Dann kannst du dich nach dem Training ordentlich ernähren, deine Speicher auffüllen, auch ein bisschen Kohlenhydrate essen. Ich denke da an die letzte Folge. Und dann spielt die Reihenfolge nur noch eine untergeordnete Rolle. Hier kannst du beides ausprobieren, zum Beispiel morgens Krafttraining, abends Ausdauer oder umgekehrt. Ich habe meistens diesen Weg gewählt, als ich noch Marathon gelaufen will. Der Vorteil hier ist, dass du optimale Ergebnisse beim Ausbau deiner Ausdauer erzielen kannst und gleichzeitig das Verletzungsrisiko minimierst. Variante Nummer 3. Du möchtest Fett abbauen oder du möchtest Muskeln aufbauen. Wie würdest du hier vorgehen? Nun, wenn du Fett abbauen möchtest oder Muskeln aufbauen willst, dann solltest du die Priorität definitiv auf das Krafttraining legen. Am besten führst du das Krafttraining dann durch, wenn die Energiequelle in deinen Muskeln, das Glykogen, noch hoch ist. Ja, und würdest du jetzt zuerst Ausdauer trainieren, bevor du an die Gewichte gehst, dann verschießt du dein Pulver zu früh. Deine Muskeln werden dann schon ermüdet, die Glykogenspeicher werden geleert und das Krafttraining ist weniger effektiv. Ja, vielleicht hast du auch schon mal gefühlt, wie es ist, wenn du ermüdet in ein Training zum Muskelaufbau reingehst, dann weißt du, wovon ich rede. Dann bringst du einfach die PS nicht auf die Straße und ja, das Verletzungsrisiko ist auch höher. Umgekehrt ist es sehr gut möglich, dass du ein leichtes Ausdauertraining im Anschluss an ein intensives Muskelaufbautraining durchführst. Ich selbst mache das regelmäßig und es passt auch gut zu meinem jetzigen Trainingsziel, dass eben Muskelaufbau bzw. stärker werden ist. Der Vorteil hier ist, dass du optimale Trainingsergebnisse beim Krafttraining oder im Fettabbau erzielen kannst. Ja, Variante Nummer 4. Du hast eine ganz spezielle Sportart, in der du besser werden möchtest. Wenn du für eine spezifische Sportart trainierst, ich habe zum Beispiel schon Eishockey-Spieler betreut oder viele meiner Leser sind auch Fußballspieler, dann musst du deinen Trainingsplan so stricken, dass er den Erfordernissen deines Sports gerecht wird. Ja, ob du dann zuerst Kraft- oder Ausdauertraining trainierst, das hängt davon ab, und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, welche Sportart du trainierst. Aber es hängt auch davon ab, wie fit du im Moment bist und was deine übergeordneten Ziele sind. Wenn du dir nicht sicher bist, welcher Trainingsplan der richtige für deine Sportart ist, dann solltest du dir einen Trainer suchen, der sich auch mit deiner Sportart auskennt, aber auch mit Krafttraining und Ausdauertraining. Wenn wir uns hier Leistungssportler angucken, dann trainieren die nach einem Schema, das in tägliche, wöchentliche und monatliche Perioden aufgeteilt ist. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen diese Leistungssportler natürlich ihr Leistungshoch abrufen. Da gibt es dann einen Höhepunkt. Und die ganzen Monate, die ganzen Wochen und Monate davor sind nur auf diesen Höhepunkt, auf diesen Wettkampf ausgerichtet. Meistens sieht das dann so aus, dass die zu Beginn dieses Zyklus ein allgemeines Grundlagentraining absolvieren. Ja, und im Laufe der Zeit fokussieren sie sich dann immer mehr auf die sportartenspezifischen Schwerpunkte. Dann geht es um Techniken und es geht natürlich auch um die Psyche, um das mentale Training, sodass sie im Wettkampf dann punktgenau auf dem Leistungshoch sind. Der Vorteil ist in dem Fall natürlich, dass du Höchstleistung in deiner Sportart erbringen möchtest. Ja, und wie sieht es aus, wenn du einfach Spaß haben möchtest, dich gerne bewegst und regelmäßig Sport treiben möchtest. Ja, wenn du am Ball bleiben willst und Sport Teil deines Lebens bleiben soll, dann möchtest du deine Trainingseinheiten vermutlich so in deinen Tagesablauf unterbringen, dass es eben reinpasst. Und zwar auch mit anderen Dingen, die dir wichtig sind, im Einklang steht. Zum Beispiel mit deinem Beruf, mit deiner Familie, Freundin und so weiter. Ja, und dann ist es am besten, wenn du dir deinen Trainingsplan auch genau so zusammenstellst, dass er für deinen Körper unter diesen Rahmenbedingungen funktioniert. Vielleicht fühlst du dich am besten, wenn du mit dem Kardiotraining loslegst und dann Krafttraining machst. Vielleicht reagiert dein Körper auch besser, wenn du an einem Tag laufen gehst und am nächsten Tag die Handeln stemmst. Es ist völlig okay, wenn du dich nach deinem Körpergefühl richtest und wenn du dir deinen Trainingsplan nach deinem Gusto zusammenstellst. Der Vorteil ist, natürlich kannst du dann hier nicht weltklasse Leistungen erwarten, aber das ist vermutlich auch nicht dein Ziel. Der Vorteil ist ja, dass du dein Training deiner Stimmung und deinem Umfeld anpassen kannst und der Spaß, der im Vordergrund steht, der kommt dann überhaupt nicht zu kurz. So, das waren jetzt fünf Grundsätze und auch ein paar individuelle Faktoren, die für dich eine Rolle spielen. Eine Sache möchte ich dir noch mitgeben. Es ist gut, wenn du gelassen bleibst und deine eigenen Experimente wagst. Ich empfehle dir grundsätzlich, orientiere dich an den Grundsätzen, die ich dir mitgegeben habe, aber probiere auch ruhig mal verschiedene Ansätze aus. Fühl dich da rein und stell am besten messbar fest, womit du die besten Ergebnisse erzielst. Die Frage heute war, soll ich Cardiotraining vor oder nach dem Training machen? Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, diese Frage zu beantworten und dir ein bisschen mehr Klarheit in deine Ziele und deinen Trainingsplan zu bringen. Idealerweise empfehle ich dir, deine Fortschritte auch wirklich zu messen, gerade wenn du messbare Ziele verfolgst, wie zum Beispiel nackt gut aussehen, was auch immer das für dich bedeutet, in puncto Körperbau, in puncto Gewicht, Körperfettanteil und so weiter. Oder wenn du einen speziellen Wettkampf, eine bestimmte Wettkampfzeit erreichen möchtest oder in deiner Sportart besser werden willst, was genau heißt das? Woher wüsstest du, dass du dein Ziel erreicht hast? Wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann wirst du immer besser Fortschritte machen können und du wirst auch feststellen können, ob das, was du ausprobierst, dich näher an dein Ziel bringt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, gutes Training und vor allem viel Spaß dabei. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Spendier Bis zum nächsten Mal.